Ich bin Ravka Mori, das hier ist Yoshimitsu, das hier ist Jacuzzo und rechts neben euch ist der... Das hier ist Jacuzzo. Und das hier ist Yoshimitsu. Und das hier ist Hugo Bass. Und wir haben eine richtig krasse Neuigkeit für euch und zwar wir treten auf am 7.6. Beim Out4Film Festival zusammen mit überkrassen Underground Acts wie DMX, DMX, Method Man, Red Man. Für alle möglichen deutschen Acts natürlich auch, Kollege Farid, Fahd, Savas glaube ich auch und so. Auf jeden Fall richtig krasses Line-Up. Und wir sind da doch am Start. Wir haben eine sehr schöne Show für euch vorbereitet und wir freuen uns sehr auf das Festival. Peace out.